So einen intimen Einblick gibt die Germany's Next Topmodel-Chefin allerdings dann doch eher selten bis gar nicht. In einem Instagram-Clip dreht sich Heidi im Kreis und bringt ihr Kleid dabei zum Flatern. Jedoch schwingt das Leoprintriss so hoch, dass glatt ihr Pinkaslieb zum Vorschein kommt, was ihrer Community selbstverständlich nicht entgeht. Punkt. Unterwäscheblitzer, kommentiert ein User das Video, während ein anderer scherzt, also die Buchse hättest du farblich anpassen können, Tipps für Promiflash.